300 Euro für dich, wenn du dich 12 Stunden lang nicht bewegst. Und wenn du es nicht schaffst, dann gibt es einen Bann. Oh mein Gott, ich schaffe das. Haha, du nimmst die Challenge an. Ab jetzt nicht mehr bewegen. Alles klar, bis später. Okay, bis später. Der Timer läuft ab jetzt. Die 12 Stunden haben begonnen, aber wisst ihr, was er nicht weiß? In 11 Stunden und 58 Minuten startet unser Server automatisch neu und er kann diese Challenge nicht schaffen. Wenn er wirklich die 12 Stunden durchzieht und das herausfindet. Drei Stunden später. Du hast drei Stunden schon geschafft. Super nervig, weil ich nicht zocken kann. Glaube ich dir, dass das nervig ist. Es ist einfach der nächste Tag, Mann. Er steht da immer noch. Er steht da immer noch. Äh, hallo? Ich hab die Nacht durchgemacht. Du hast die Nacht durchgemacht. Gleich bekommst du die 300 Euro. Noch zwei Minuten und das ist gleich neu. Hi. Du hast es gleich geschafft. Er hat es zwar nicht geschafft, aber wenn du ein Like und ein Abo dalässt, dann kriegt er das Geld.